Junge, 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 diese Spanner da unten hier, die Basebesitzer, haben sich einen Schauplatz gebaut, um mich zu beobachten, wenn ich fliege. Moinsen und Willkommen bei Staffel 25 mit der Folge Nummer 19. Ja, ich bin immer noch alleine und ich überlege jetzt, was ich machen soll. Ich hatte gerade überlegt, ob ich eventuell noch mal fahren sollte. Wir können ja mal die Kuppel fliegen, ich versuche mal die Kuppel zu looten und ach so, ja, wir werden nicht schlecht und danach werde ich dann mal fahren. Und da muss ich hier mal ein bisschen die Base auf dem Tal auf. So, und dann, genau. Oder ich lerne die Steinmauern und zieh noch ein Kumpon rüber, äh, ein Kumpon, genau, ein Kumpon rüber. Ja, man kann halt nicht viel machen, ne? So alleine, klar kann man viele Sachen lachen. Aber, äh, sieht hier aber hart gelutet aus. Oh ja, hier rennt einer, glaub ich, von mir her. Er blutet fleißig. Ähm, das ist ein MPC. Da stehen geblieben, äh, klar kann man viele Sachen alleine machen. Aber ist das langweilig, ne? Oh. Und da ist ein Schock. Wow. Hey. Hier war man eine Base. Die zerfällt jetzt. Naja. Oh. Oh. Komm schon, gib mir jetzt endlich noch eine semi Nun. Wir hab noch, wir hatten noch keine semi Munze bis jetzt, ne. Das ist fürchterlich. Oh, no, oh no, ich häng' fest. Nein nee, nein, nein, nein. Hahaha. ja gut endetown nicht so schräg hier stein, metall, schwefel schwefel, schwefel, metall aber lohnt jetzt nicht anzuhalten, deswegen es muss mehr sein geht hier ab stein, metall, stein, schwefel, putze oh, hier, das lohnt sich immer fette Bremse ach, höhe herrgott was tut mir das schlafen, hau ab, sage ich dir Junge kam da aus nichts, ey ich denke mal, heute werden wir anfangen zu raiden damals schon 16 äh, ne, quatsch, 26, 28, 29 Raketen ähm, blöder Bär echt jetzt einfach anschleichen na genau na hörst du weg blöder Bär ja, steine, steine gibt es hier ohne Ende hm 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 bisschen aufpassen, ob der Basebesitzer eventuell von der Base da vorne aktiv da ist kann ich mal hochwandeln zu dem man darf sich nie zu sicher führen, egal wie ruhig es ist egal wo man ist, ob man am Arsch der Welt ist das kann immer irgendwie witzig ankommen Schnee, wie bauen ich weiß nicht, Alter ich habe das schon ein paar besucht ich kann mich damit nicht anfreuen oh 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 der Herr hat kein Metall echt jetzt gefällt gleich krass ich meine, so ist, wenn wir ein bisschen Zeit verbringen, oder? mal ein bisschen fahren vielleicht äh zerfällt die Brütze und da kommen sie auch rein da man könnte natürlich auch die Brütze Raiden ja ist auch gleich weiß, aber oh echt jetzt hier, belieben aber die Base, ja zerfällt ja schon ist ja halt nicht so aktiv ich würde mal das hier wieder drin liegt hmmm 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 toll na toll na toll steine steine weg ich weiß nicht ich weiß nicht, ob der Presse von mir mal bringt wenn wir da jetzt rumhacken drauf ist ja schon so kaputt ok wie viel war das noch? 10 oder einnehmen? na bisschen Schwefel und Metall lohnt jetzt nicht was ist denn das für eigentlich wo sind wir hier drauf? kanalisationszweig ok 18 2 4 hm die kompletten Türen sind halb kaputt wo ist das? v10 warte, aber ich mach mir da mal auf jeden Fall marke jetzt mal mit mit einem metall fahren was noch Undll spinnen da ist auch noch scheue um die machen und da reingehen man kann ja sich nicht komplett ausfremsen lassen die base ist eh schon am decayen also wirklich sagen machen wir einfach ich mache jetzt hier noch gleich wieder raus ach gott weil ich jetzt den domenisch wenn gepackt hat mensch das auch noch stehen okay gut dann nein google nicht immer wenn ich okay sage dann springt google dann das mal ausschalten machen wir zum mann cut und die zeit zurück kräfte ein bisschen extra muni nehmen ak mit scheinemper rauf ich sagen attacke marianne also bis gleich junge 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 diese spanner da unten hier die base besitzer haben sich ein schauplatz gebaut um mich zu beobachten wenn ich fliege ich glaube das weiß ich bin ein bisschen zu tief geflogen und hab den scheiß zähnen im boden versenkt nein hallo ja 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 Lives hitze da unterhalten sich ein bisschen im game ton genau das ist das was ich meine alter so ein rast möchte wieder haben so ein Ras werde ich ja auchbauen auf dem kanal auf dem server ja gut ich gebe zu, Staffel 23 war jetzt nicht so prickelnd, 24 war ein bisschen besser, aber soundmäßig war beide Staffeln scheiße wegen dem Update damals, das ist jetzt anders, ich habe mich klar und deutlich, habe es abgecheckt, aber da war auch energetikskrank, Jules war krank, Krackner war ein bisschen am kränkeln, ich war am kränkeln, und jetzt ist es einfach unterschiedlich Tag und Nacht. Was ich auch gut finde, ist die Leute auf dem Server, die halten jetzt nicht fernab von mir, weil ich hier der Server-Owner bin, nein, ich kriege auch aufs Maul, aber man kann hier auch mal entspannt miteinander eine Runde talken, ohne dass man halt Angst haben muss, man wird halt jederzeit da weggesnackt und alles, also wie gesagt, es ist ein Traum, ein Traum, so ich habe die Tür und Code-Locks mitgebracht, okay, oh die Leute, ich bin schon drinnen, ernsthaft, wer ist denn das da, wer, was, Pfeivel, hm, Boah, Pfeivel, Alter. Ich hoffe, du hast Holz drinnen, wenn ich das Ding jetzt wegschieße. Oh mein Gott, da ist ja gar nix drinnen. Oh, das ist cool, da ist ja gar nix drinnen. Ich setze hier jetzt mal ein TC rein. Ich bräuchte ein bisschen Holz, scheiße, ich habe nix mit für Holz. Fuck. Ah, an Holz habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay. Machen wir das mal anders. Holz, cool, mit einem Stein. Ein bisschen was nehme ich mir raus, für meine Mühe. Ich denke mal, das sollte das Problem sein, wir bauen schon mal das und das. Wie viel Holz ist heute gerade so reichen. Äh, ich habe noch Platz hier, wo ich immer da bin. Ich glaube, ich bin hier noch ein Teil weg. Ah, warte mal, ich bin nur so bekernbehindert, Alter, das ist eine Axt, ey. Ah, warte mal, ich bin hier. Okay. Wow. So, Pass auf, dann machen wir, hatten Bauplatten, haben wir bei, ihr habt eine herzliche Wunsch. Doch wieder rein. Stein, das wird mal eine Runde Stein besorgen. Ach Gottchen. Finde ich jetzt die Steine, da unten. Ich glaube nicht, weil ich das gerade mache. Das blöde ist nur. Ich habe einen Teil mit, okay. Damit kann seine Tür repariert werden. Kann ich eventuell die Tür? Yo. So. Feibel. Bam. Ich brauche. Ich brauche. Papier. Papier. Ah, Papier. Notiz. Richtig. So. Dann machen wir die Notiz fertig. Deine Basis zerfallen. Ich habe die 7er aufgefüllt. Okay. Achso, ich hatte, okay. Moin. Moin. Deine Basis zerfallen. Deine Basis zerfallen. Und gefüllt. Und gefüllt. Als Gegenleistung habe ich mir ein paar Sachen genommen. MFG. Wo die FDs. Bäm. Passt. Okay. So. Kriegt ihr das hier rein? Kann man das immer noch lesen? Ja. Perfekt. Schwuch. So. Dann stellen wir jetzt den Bauchschrank. Komme ich da wieder raus, finde ich. den da jetzt hinstelle. Schwierig, oder? Scheiße. Fuck. Ach komm. Nicht jetzt. Ups. Ich habe gar nicht gesehen, dass da auch noch was war. Meine Fresse. Was mache ich hier? Ey. Auf mich zu brennen hier. Äh. Steine? Hallo? What? So. Mensch, schauf. Muss ich schon wie am Baum suchen. Scheißen Dreck. Äh. Das passiert, wenn man freundlich ist. Hier. Da. 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 radar gesehen wie ich es gerade mache alter verwalter überschriften freundlich aber ja ja so das war mit teil das war mit teil soja bauen essen hier 40 sekunden ich freue mich das schwebel kommen nämlich schweben mit aber es gut zu sehen feibel wusste ich auch nichts mit ihm anzufangen wegen der weitest und habe ihn einfach mal aufgenommen habe ich sehe schon er ist halt so spieler da hat er mit kodok dran hier hat er normale schloss dran gucken dass wir das so hingestellt bekommen stein rein und mit teile rein drei tage perfekt kosten aufwerten nicht so viel 200 ok die kamera drin die lassen scheiß drauf ich glaube jetzt habe ich was gemacht naja egal er wird sich vielleicht freuen darüber alles gut da zu holen ok dann würde ich sagen ja schluss jetzt reingehauen und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.